hallo willkommen bei hertha geek freunde ich habe bei youtube ein richtig interessantes video gefunden von kickoff es geht um die kaderplanung von hertha bsc 2024 25 natürlich die mögliche das muss ich noch dazu nennen die mögliche kaderplanung ich finde das video richtig nice ich habe schon mal angerissen dachte ich nein stop kannst du react ja und deine community schaut dann einfach mit und gemeinsam gehen wir dann durch ja ich werde natürlich bei einigen stellen meinen senf zu geben muss sein muss sein okay wir fangen erstmal locker lässig wie immer mit dem intro so da bin ich wieder und jetzt starte ich mal mit dem video hallo fußballfreunde und herzlich willkommen auf kickoff zur kaderplanung für hertha bsc der berliner hauptstadt club steht aktuell in der zweiten bundesliga auf tabellenplatz neun waren sieben punkte weg von tabellenplatz drei und somit kann man dann doch schon er damit beginnen die planungen für die kommende saison zu starten denn natürlich ist irgendwo noch eine rest hoffnung da noch chancen zu haben auf tabellenplatz drei aber ich denke mal weber und co werden sich jetzt auch darum bemühen den kader zur neuen saison zur zweiten liga noch mal verbessern zu können und genau darüber sprechen wie hier und heute in der kaderplanung wir schauen uns jede position an blicken dort auf die möglichen abgänge auf die damit eben auch dann fehlenden neuzugänge und wie auch dann die mannschaft der nächsten saison aussehen kann um dann eben auch noch mal bessere aufstiegschancen haben zu können alles und mehr durchsprechen wir somit heute in der kaderplanung für hertha bsc und wenn wir uns natürlich so ich habe jetzt hier noch ein bisschen rumgefummelt gleich zu dem aktuellen bild ja es werden immer die einzelnen mannschaftsteile vorgestellt torwart abwehr mittelfeld zentrales defensives flügelspieler und so weiter und er nennt sie finde ich sehr geil sehr professionell aufgebaut muss ich sagen ich werde dann am beginn immer schon zu den aktuellen genannten mein senf zu geben und dann hören wir mal was er dazu sagt ja ok torwart ja damit ja ernst da haben wir ja den den gechter da war quasi groch und goller ich bin der meinung freunde dass ernst natürlich nummer eins bleibt bei ja gespeck weiß ich noch nicht ja ich sehe ihn eigentlich mehr als auch nummer eins vielleicht sogar im anderen verein ich dachte schon bei der letzten pk wo er mit auf dem podium war und angekündigt wurde dass er eventuell auch äußert freunde vielen dank für alles was ihr für mich getan habt auch gerade in der schwierigen zeit sehr nah ist sehr geil aber folgendes habe ich vorhin die saison kam aber nicht nee er war nur auf dem podium weil er quasi sich präsentieren sollte weil ernst nicht spielen konnte da weiß ich noch nicht also bei gerstbeck würde ich sagen eventuell abgang bin ich der meinung quasi groch könnte verliehen werden das kann durchaus sein und goller bleibt ja also das muss man sehen was mit gerstbeck und quasi groch ist das wird sich entscheiden mal sehen was er dazu zu sagen hat so und die position anschauen legen wir los auf der torwart position und dort haben wir aktuell bei der hertha von links nach rechts tiag ernst marius gerstbeck robert quasi groch und tim goller mit tiag ernst hat ja die härter aktuell ein torhüter zwischen den pfosten der sich richtig gut entwickelt ich hätte nicht gedacht dass tiag ernst in liga zwei eine solche stütze werden wird aber er hat sich eben als nummer eins durchgesetzt er hat bis hier eine wirklich tolle entwicklung genommen und ist sicherlich auch durchaus bereit dafür in den nächsten jahren weitere kann ja also mit ernst hat ja keiner so gerechnet am anfang dass er wirklich auch nummer eins ist aber dadurch dass er bei gerstbeck dieser vorfall war ja hat sich das so entwickelt aber ich bin gespannt ob er das so sagt ihre schritte zu gehen und auch deswegen ist es nicht auszuschließen dass es im sommer auch angebote für ernst geben wird trotzdem gehe ich davon aus dass er junge keeper an bord bleiben wird denn die sportliche perspektive die ist nun mal bei der hertha auf jeden fall am besten dort als junger stammkeeper auch dann weiter reifen zu können marius gerstbeck ist am letzten sommer vom karl zur sc zurückgekehrt und in meinen gedanken war er eigentlich schon auch hertha's nummer eins und eben dann ernst die nummer zwei aber klar die alle dachten die umstände damals im trainingslager ist dann doch alles anders bekommen gekommen aber er hat ihm auch dann eine neue chance bekommen sich im profiteam wieder etablieren zu können das hat er getan und damit hat hertha finde ich eine gute nummer zwei es ist eben dann so ein bisschen die frage akzeptiert gerstbeck mittelfristig diese rolle plus on top verdient er da nicht vielleicht zu viel geld für um als normale nummer zwei zu dienen aber ich gehe mal davon aus dass gerstbeck bleiben wird und somit lässt man also hier beim teuter duo alles so wie es ist dahinter könnte sich allerdings ein bisschen was verändern denn mit robert quasi groch und eben tim goller haben wir zwei 19 jährige junge keeper talente aus berlin eigengewächse wovon sicherlich einer den nächsten schritt gehen soll robert quasi groch ist stammkeeper bei der u23 hat auch einmal in der zweiten liga gespielt und soll wohl verliehen werden also er ist hier eben dann der wahrscheinlich kandidat also er weiß da auch bescheid so wie ich ich habe das glaube ich irgendwo gehört ich bin die weber das schon mal angeschnitten hat aber ich denke auch dass quasi groch erst mal verliehen wird naja gut dann müsste wenn sie nicht noch einen anderen irgendwie ran ziehen aus den eigenen reihen gerstbeck bleiben im torhüter team der wechseln könnte dem goller ist eben dann das nächste talent auch berliner er wiederum spielt noch in der u19 stand zuletzt noch mal gegen schalke im kader und wird eben dann zu hertas nummer drei und möglicherweise vermehrt auch dann in der u23 zum einsatz kommen in der innenverteidigung vertraut der pal dadai meist auf zwei ja in verteidigung ziehe ich durch rochel ich könnte immer bei hertha wenn er fit ist denke ich wird man sehen ihn zu verkaufen wenigstens zu verleihen aber ich glaube verkauf ist gut dann gechter ja bleibt auf jeden fall vielleicht stammen muss man sehen leistner 225 noch eine ja ein jahr hat dann noch vertrag wird bleiben seine karriere beenden bei hertha denke ich kämpft ja für mich vielleicht ein abgang auf jeden fall erst teuer erst gut er die top werte in der zweiten liga das sieht auch die erste liga und wird ihn probieren der eine feindlich zu bekommen kriegen wir noch gutes geld sehr wichtig ich denke mal kämpf wird schon auch den verein verlassen und dadai bleibt auf jeden fall denke ich es könnte auch sein dass clemens noch auch reinrutscht denn hertha noch sechser kaufen könnte einen guten ja aber der ist erst mal hier nicht aufgeführt mal sehen was er dazu sagt nominelle innenverteidiger und dafür stehen im aktuell sein sohn marton dadai zur verfügung ebenso wie mark oliver kämpf tun die leistner linus gechter und augustin rochel blicken wir erst mal auf marton dadai der im großen ganzen auf jeden fall ganz klar gesetzt ist in der innenverteidigung er zwar auch zu saisonbeginn häufiger mal auf der sechser position gespielt mittlerweile aber auch wieder wichtig als innenverteidiger war ich schon sagen muss dass er in seiner entwicklung mit seinen 22 jahren so ein bisschen stagniert also ich glaube schon dass bei marton dadai noch deutlich mehr drin ist und da muss man eben im sommer entscheiden ist das möglicherweise bei der hertha eben auch dann sein weg denn der vertrag von dadai läuft noch bis 2025 und das heißt für mich im sommer muss man die entscheidung treffen verkauft man dadai wenn es ein gutes ja okay das ist zukunft das ist zukunft zukunftsmusik ja es gab ja schon mal vor einer weile ich glaube auch vor der saison angebote hsv wollte ihn glaube ich haben ich weiß nicht ob ein anderer verein auch einer aus der ersten liga keine ahnung bremen oder so weiß ich nicht weiß ich nicht mehr richtig wirklich aber da hat er sich auch für hat er entschieden ich glaube dadai ist so einheitlich auch wohlfühlt in berlin so ein typischer hertana und glaube ich nicht ich glaube er wird probieren stamm zu werden und dann seine karriere voll durchzuziehen bei der wsc mit papa ohne papa werden wir ja dann sehen das angebot gibt oder gibt es auch die chance auf eine vertragsverlängerung ich glaube vor allem auch unter pal dadai wird martin dadai bleiben und eben dann vielleicht doch seinen vertrag langfristig verlängern damit hätten wir auf jeden fall dann schon mal einen wichtigen innenverteidiger in unserer planung mit dabei interessant wird es dann auch bei mark oliver kempf dennoch er ist größtenteils gesetzt hat aber eben noch einen ja dann doch schon dicken vertrag aus alten bundesliga zeiten und deswegen gibt es auch hier richtig gute gänge wo man dann schon auch darüber nachdenken könnte kempf zu verkaufen denn auch hier gab es ja im letzten sommer auch immer wieder abgangs gerüchte am ende ist er geblieben und trotzdem gehe ich davon aus dass es hier im sommer eine trennung geben wird wenn das passiert braucht logischerweise auch einen neuen innenverteidiger entweder und doch das ist sicherlich eine durchaus realistische option bau dann hier komplett auf pascal clemens der bislang eigentlich eher als sechser zum einen als kommt oder man holt sich eben einen anderen ja auch er dann stärkeren und neu zugang der möglicherweise das zeug hat zum stammspieler denn natürlich hat man auch noch tony leistner als kapitän der unglaublich erfahren ist aber ich glaube er wird in der kommenden saison sportlich er als backup eingeplant sein und trotzdem ist es gut so einen typen wie leistner zu haben ja auf jeden fall er wird wahrscheinlich eine ähnliche rolle bloßen abwehr haben wie der niederlechner ja ich glaube beide werden bei hertha ihre karriere beenden aber noch die eine andere spielzeit kriegen und auch noch wichtig sein gerade nächste saison wo es um alles geht linus gechter war ja in der vergangenen rückrunde verliehen zu braunspike hat finde ich dort eine ganz gute entwicklung genommen ist seit dem sommer zurück aber er hat lange zeit gebraucht um wirklich mal etwas darüber hinaus zu kommen von der rotationsrolle zuletzt hat er aber dann ein paar mal in folge in der startelf gestanden und doch das ist für mich eine sehr sehr spannende personalie denn der vertrag von linus gechter läuft auch nur noch ein jahr ich glaube nicht dass die berliner gerne in setze vertragsam mit ihm gehen würden aber für gechter ist natürlich auch wichtig eine gewisse perspektive zu haben er könnte natürlich sich durchsetzen vielleicht auch als innenverteidiger duo mit martin dadai da ist aber dann die frage traut man den beiden das gemeinsam zu ich glaube gechter wird bleiben und noch einmal eine größere chance ergreifen können sich möglicherweise auch dann als stammspieler durchsetzen ja mit augustin rochel aber dann noch einen fünften innenverteidiger mit dabei der bislang bei null saison einsetzen steht er hat eine sehr schwere knieverletzung und deswegen spielt er keine allzu große rolle und im sommer wird dann auf jeden fall auch eine trennung angestrebt denke man seinen kaderplatz wenn man ein eigengewächs themen hoffmann einnehmen beim leg auf die ab ja tim hoffmann wo er es gerade sagt vermisse ich eigentlich auch hat ja ein profi vertrag bekommen müsste man natürlich auch auf zählen ja toller spieler aus der akademie gefällt mir trainingslager sparen gesehen wunderbar hatte auch schon glaube ich kurzeinsatz und so konnte man sich auf ihn verlassen ja der müsste eigentlich auch noch dastehen gut gehen wir weiter das sind die außenverteidiger und da sieht man ja zu fuhig kenny pekka und kabobnik ja bei sie fuig ist es eine ganz doofe geschichte er ist einfach zu teuer bumms ja deswegen wird er nicht übernommen beziehungsweise sein vertrag wird nicht verlängert der läuft aus und er hat ja zwar signalisiert dass er gerne bei hertha bleiben will aber meinte auch zum trainer pal ich bin zu teuer glaube ich muss gehen ja sehr traurig sehr ehrlich aber was soll man machen ja das sind noch die alten dinger aus der ersten bundesliga die verträge und das kann man einfach nicht stemmen also da denke ich also er wird auf jeden fall wenn ich noch irgendwas passiert abgang sein kenny könnte auch ein abgang sein was ich sehr traurig ist weil er sehr geil ist er ist sehr gut gekommen ja ich hatte immer kenny auch in der ersten noch weil am anfang zu hertha kam immer kritisiert und jetzt hat er sich dermaßen geil entwickelt also wunderbare außenverteidiger was der momentan rein flankt fightet auch man tor schießt flankt ja breistöße schießt und so weiter wichtiger spieler aber ich denke mal ihn können wir eventuell nicht halten er verdient auch gut und wer auch ein spieler für die erste also vielleicht auch ein abgang pekarik hört auf ja da ist der vertrag läuft aus und erst zu alt und wird dann auch nicht mehr bei hertha sein und karbovnik ist auch geil in entwicklung und wird auf jeden fall bei hertha bleiben also der junge ja der wird uns richtig gut helfen also von den vielen die aufgezählt werden sie frühweg pekarik weg kenny fragezeichen und karbovnik der bleibt wer ist aber logischerweise auch wichtig welche außenverteidiger hertha so hat und hier aber dann einmal die vier mit dabei die ihr hier sehen können von links nach rechts sind das die weiß die usse volk john jo kenny peter pekarik und michael karbovnik blicken wir erstmal auf se volk der in einer gewissen phase in der saison der hinrunde im herbst durchaus auch stammspieler war mal als rechtsverteidiger mal als linksverteidiger mal als rechter mittelfeldspieler die letzten wochen aber dann doch schon sehr sehr wenig gespielt hat sein vertrag endet im sommer es gibt mittlerweile die klaren medienberichte die berichten eben auch darüber dass er gehen wird sprich keine vertragsverlängerung bei se volk dann ist für mich aber auch klar braucht es mindestens einen neuen rechtsverteidiger und hier würden wir dann eben eher für die rolle des herausforderers suchen ich glaube doch schon dass auch hier eine interne lösung wahrscheinlich ist wie zum beispiel julian eitschberger oder auch sogar sebastian beiland da hat hertha auf jeden fall wirklich mit dabei und wir haben nachher die back-up position auf jeden fall mal begleiten kommt auf jeden fall wieder er ist ja nur beim halleschen oder hallescher fc ausgedient um spielpraxis zu kriegen ähnlich wie winkler bei hoffen quatsch bei mannheim war ja auch dann eine saison weg ja stimmt aichi kommt zurück haben wir wieder ein freue ich mich auch riesig auf den jungen zu können denn stamm spieler auf der rechten abwehrseite ist john joe kenny denn eine wirklich starke saison spielt er hat sich mittlerweile auch zum führungsspieler entwickelt geht vorneweg aber auch hier haben wir eben dann so ein paar bausteine die er gegen eine härter zukunft sprechen könnten denn der vertrag des engländers läuft auch nur noch bis 2025 er bringt und top auch noch einen durchaus dicken vertrag aus der bundesliga mit das heißt wenn man eben dann vermeiden will dass ein setzte vertrag sehr geht und den vertrag verlängern möchte dann müsste kenny sicherlich auch zu gehaltsabstrichen bereit sein ich kann mir aber irgendwo schon vorstellen dass er bereit dazu ist mit der klaren perspektive eben dann auch in der übernächsten saison mit hertha wieder bundesliga zu spielen das heißt kenny plan wie hier auf jeden fall mit ein wäre dann auch der klare stamm spieler peter peckerig ist ja dann noch der erfahrene ja muss man sehen wie viel hertha stemmen muss ja geht ja mal um die lizenz und um die verbindlichkeiten dass man das was abbauen will und triple seven ja vielleicht schalten die sich da auch ein bisschen mit ein weiß man nicht alles hinterm vorhang wird viel geredet aber ja bei kenny würde ich ja auch ein fragezeichen machen weil ich glaube er wollte auch mal gehen und jetzt kann man in seinen kopf nicht reingucken wie weit er sich bei hertha richtig wohl fühlt und auch an den aufstieg dann übernächste saison glaubt ja also muss man sehen satz als dritte option bei den außenverteidigern ist auch weiterhin natürlich mit seiner erfahrung wichtig kann dreimal konnte dreimal spielen aber er wird seiner karriere im sommer beenden damit hat man dann sicherlich aber auch einen guten typen den man als mitarbeiter behalten wird sein kader platz würde auf jeden fall dann frei bleiben weil wie gesagt man hat da noch interne lösungen wodurch man das dann auch besetzen kann michael karpovnik ist ja ein neuer zum gewesen letzten sommer nachdem er zuvor für düsseldorf als leihspieler unterwegs war und der ist ja als linksverteidiger gesetzt ich finde schon dass die leistungen von karpovnik okay sind aber dort noch ordentlich leisterungspotenzial auf jeden fall da ist und ich bin auch überzeugt davon dass karpovnik mit einem etwas anderen system mit etwas mehr spielerischen attributen auch deutlich mehr von sich zeigen kann er wäre aber auch eine interessante option als rechtsverteidiger weil er sogar eher rechtsfuß ist aber auch eigentlich beidfüßig ist also karpovnik ist eine wirklich interessante personale wie man den den in der kommenden saison einplan wird bleiben wird er glaube ich aber auf jeden fall und trotzdem wird sehr wichtig sein einen neuen linksverteidiger zu holen denn hier fehlt finde ich einfach ein herausforderer für karpovnik es gibt zwar interne optionen wie zum beispiel eigene wegs elias strassner oder eben auch jeremy dutziak und trotzdem würde härter glaube ich hier gut daran tun noch mal einen guten linken verteidiger zu holen doch durchaus erzeugert irgendwann stammspieler zu sein weil eben ja auch karpovnik flexibel einsetzbar ist das zentrale mittelfeld ist ja das herzstück ja also jetzt kommt das zentrale mittelfeld ist natürlich breit besetzt aber auch da denke ich wird der eine oder andere gehen ja clemens ok könnte auch thema in der inverteidigung werden wenn hertha adäquaren ersatz bekommt auf der sechs buchalakis könnte vielleicht zurück nach griechenland gehen er ist schon älter vielleicht will er da auch seine karriere beenden ich glaube nicht dass er noch eine große rolle spielen wird bei hertha obwohl ich ihn irgendwie mag gute technik aber ist leider irgendwie auch zu langsam ibrahim freue ich mich drauf auf den jungen wird aufgebaut bei u23 bleibt natürlich dann bei billy hussein denke ich er wird verliehen der wird auf jeden fall nicht zum kader gehören bin ich ziemlich sicher pal hat ihn nicht so oft gebracht meint auch erst nicht körperlich gut genug für die zweite liga also den sich auch nicht wahrscheinlich eine laie kann ich kann mir gut vorstellen glusiak ja verlängerung hoffe ich läuft um jetzt aus möchte ich haben guter junge guter techniker bakok wird gehen das ist fix der geht zu mainz zurück weil auch die zwölf pflicht start nominierung nicht da sind die vertraglich festgehalten sind also der wird gehen benze da da geht zu wolfsburg das für mich eigentlich fix obwohl immer noch so ein blabla und blabli ist aber der ist weg und masa ja das ist der einzige zehner den richtigen zehner den ich momentan da sehe also wir müssen auf jeden fall in der defensiven defensiven mittelfeld nachlegen mal sehen was geht einer jeden mannschaft und bei hertha steht glaube ich vor allem dieser mannschaftsbereich im sommer ganz klar auf dem prüfstand wir haben hier acht spieler zur verfügung und gehen mal ganz kurz jeden namentlich durch von links nach rechts zur übersicht wir haben einmal dann eben pascal clemens andreas buchalakes bradley ibrahim wir haben bielal hussein jeremy dutziak einem barcock benze dardai und ibrahim massa pascal clemens hatten wir ja zu beginn des videos als innenverteidiger schon mal ganz kurz angerissen er hat sich nun als eigengewächs etabliert ist für mich auch eine der entdeckungen in der aktuellen zweitliga saison weil er wirklich richtig stark abliefert er zeigt wirklich gute leistungen auf der sechser position er könnte wiederum aber auch durch seine spielerischen qualitäten als innenverteidiger noch mal wichtiger werden ich glaube clemens wird noch mal mehr zu einem gesicht von hertha es wird zwar auch hier interesse von anderen vereinen geben aber unabhängig ob als sechser oder als innenverteidiger clemens wird ein ganz ganz wichtiger faktor sein andreas buchalakes ist ja ein sehr erfahrener grieche der aber auch bedingt durch die starke entwicklung von clemens auf der sechser position nicht ganz so wichtig ist wie er sich möglicherweise auch selber erhofft hat ich glaube dass ein abgang von buchalakes auch im sommer bereits wieder vorstellbar ist vielleicht gibt es dann die möglichkeit der rückkehr nach griechenland irgendwo wenn du das für mich auf jeden fall noch sinn ergeben sprich buchalakes wäre dann hier in meinem szenario direkt wieder ein abgang dann hätten wir nämlich auch die chance einen neuen sechser zu holen denn ich finde auf der position braucht es auch daneben zum beispiel clemens einfach noch mal mehr der ein oder andere hertana denkt vielleicht auch wie ich an schelle also shell brett den wir jahre hatten geiler sechser und auch asker sie bar der argentin ja auch so ein pitbull ja also das sind so typische sechser die sich reinbeißen die die nur hinterher renn rasen grätschen und weiß ich was ja da da fliegt die glas nahe glas nahe glas nahe glas nah habe geil und ja so ein pitbull eben und das clemens ja ist schon in der richtung ganz gut aber ansonsten nee also sei es jetzt parkourg du sag werde alles jetzt auch gespielt hat keine sechser nein der fehlt uns auf jeden fall noch neben clemens wenn er da bleiben sollte und nicht in die in verteidigung zurückgeht dynamik es braucht mehr tempo mehr spielerische qualität und deswegen glaube ich wird es auch hier nötig sein einen möglichen stammspieler zu holen erst recht wenn man eben clemens in der innenverteidigung einplanen sollte bradley ibrahim ich hoffe ich spreche ihn halbwegs richtig aus ist ja im winter von arsenal gekommen dort aus der jugendabteilung und bringt natürlich allein dessen bedingt durch die ausbildung dort auf hinfall potenzial mit er spielt bislang bei hertha in der zweiten mannschaft und wird dann im sommer seine chance bekommen sich im profil durchsetzen sprich einplanen tun wir den auf jeden fall erst mal bilal hussein ist ja ein junger schwede der auch sicherlich entwicklungspotenzial mitbringt aber die letzten male auch gar nicht mehr im kader stand also so richtig gepasst hat es bislang zwischen hertha und hussein nicht deswegen würde ich ihn im sommer auf jeden fall verleihen und das zentrale mittelfeld ist wie angerissen eine baustelle die bleibt es auch und dann braucht es hier sicherlich auch noch mal einen weiteren möglichen stammspieler auf der achterposition sprich ich würde das mittelfeld auf jeden fall enorm verstärken jeremy duziak ist letzten sommer gekommen als erfahrener zweitligaspieler der auch bis zu einer verletzung in der hinrunde vor allem auch ein wirklich wichtiger faktor war und auch egal ob als achter als sechser vielleicht sogar mal als zehner oder als linkster teiliger eine wirklich gute kaderoption darstellt deswegen würde ich auch sein auslaufenden vertrag verlängern und eben dann die linke verteile war ja auch behalten gar nicht so schlecht mit einem barcock ist ja im winter aus mainz gekommen wurde ausgeliehen um eben auch da noch mal so ein bisschen mehr spielerische qualität hinzuzuholen er war auch in den ersten wochen stammspieler aber so richtig überzeugen konnte er nicht das heißt barcocks leistungen sind einfach nicht gut genug um diese mögliche kaufoption ziehen zu wollen und um eben auch dann die option nicht zahlen zu müssen will hertha möglicherweise jetzt auch etwas weniger auf barcock vertrauen denn nach einer gewissen anzahl an stahl einsetzen müsste man barcock dann fix kaufen das wird wohl nicht passieren sprich er wird hertha wieder verlassen und somit hätten wir dann auch weiterhin platz für einen noch mal neuen zentral mittelfeldspieler also ich finde wirklich dass ich hier noch mal was ändern muss das ist genau der punkt in dem system unabhängig jetzt ob pal dadai trainer ist oder eben auch nicht wo man wirklich noch mal schritte nach vorne gehen muss und das passiert am ehesten eben auch dann durch wechseln in der mannschaft benzedar hat ja sicherlich großes potenzial sich im mittelfeld bei der hertha durchsetzen zu können aber er hat zuletzt zum einen verletzungsbedingt gefehlt und zum anderen wird auch langfristig keine große rolle spielen können weil er sich ja für einen wechsel zu wolfsburg entschieden hat ich glaube die ganze geschichte ist noch nicht offiziell aber es sieht auf jeden fall sehr stark danach aus den kaderplatz verstehe ich immer nicht ja also die wolfsburger presse hat das schon fix kommuniziert dass ein vorvertrag unterschrieben ist also da ist eigentlich schon alles geklärt par dadai redet selber davon dass eigentlich nur monika und der hund zu hause sind die jungs alle flügge und weg und jetzt benze der jüngste eben richtung wolfsburg also wenn es die familie schon sagt ja also ich weiß nicht was da irgendwie auch bei transfermarkt sich da immer noch bei benze irgendwie so eine 74 prozent feil geschichte richtung wolfsburg aber ich weiß es nicht warum immer ja also der ist ja weg bei mazer wer hat man mal angst stuttgart und so aber die haben jetzt den deal als solches muss man aber nicht mit einem neu zu neu übersetzen denn zum einen hätten war palco dadai der offensiv flexibel einsetzbar ist oder auch eingewächst julius gottschalk der dann noch diesen platz einnehmen kann denn mit ibrahim massa haben wir eben dann ein 10er der lange zeit verletzungsbedingt gefehlt hat aber zuletzt eben auch dann stammspieler geworden ist er wird ein wichtiger faktor sein in der nächsten saison auch wenn es auch hier interesse geben wird von anderen vereinen gehe ich davon aus dass es auch damals sportliche entwicklung am besten ist bei der hertha zu bleiben und auch genau das machen wird also das zentrum 6 8 10 position damit wirklich wichtig sein dass weber hier noch mal ordentlich was verändern wird wie man eine türklingel kamera in nur 30 sekunden kostenlos einrichtet ohne eine vorhandene türklingel zu besitzen hausüberwachung im aktuellen system von pal dadai sind dabei auch die flügelspieler wirklich ja flügelspieler das sind ja nicht viele was denn da los ja gut reese winkler palco und christensen gustav ja was soll ich dazu sagen reese hat ja gerade verlängert ja sein marktwert ist auch gestiegen ja vertraglich auch also wenn man ihn raus kaufen wollen würde ich glaube bis 28 unterschrieben wird es richtig teuer ich weiß jetzt nicht ob da eine klausel drin ist ob er selber entscheiden kann dass er härter verlassen möchte aber ich denke mal so wie der gute hier auch gesagt hat bei kenny ist es ähnlich auch bei rese dass er wenn er denkt die chance sieht dass hertha wirklich dann aufsteigt nach der nächsten saison dass er sagt okay da gehe ich noch mit das mache ich noch mit aber er hat immer signalisiert er will bundesliga spielen freunde und man muss jetzt einfach sehen wie sich die nächsten spiele die letzten spiele entwickeln wie da die stimmung ist auch bei ihm und ja das wird sich dann entscheiden winkler wird bleiben auf jeden fall der kommt jetzt erst richtig aus den startlöchern sage ich mal ich hatte ihn lange kritisiert aber jetzt zwei tore gemacht zwei kopfballtore ist ganz lustig eigentlich gar nicht dieser typ dafür und palco wird auch bleiben denke ich der hat auch eine verletzung gehabt und ist jetzt froh dass er spielen kann damit viel spielzeit kriegen und gustav ja könnte man verleihen aber vielleicht brauchen ihn auch als backup also ja da sehe ich jetzt ehrlich gesagt noch keinen richtigen abgang höchstens vielleicht eine laie wichtig und ich möchte jetzt gar keine trainer diskussion starten ob man vielleicht dort im sommer noch mal was anderes machen wird vom grundsätzlichen system würde ich aber erst mal weiterhin ausgehen und das heißt die flügelspieler bleiben auch auf jeden fall wichtig wir haben hier fabian reese martin winkler palco dardai und gustav christensen ich glaube über fabian reese muss ich nicht viel erzählen das ist ein absoluter top volzern gewesen von holstein kiel ablösefrei gekommen in der zweiten liga steht er schon jetzt bei 18 scorer und hat ja vor allem auch eine sehr sehr hohe identifikation mit dem klub mit der stadt und ist ja auch mittlerweile ein unglaublich wichtiger führungsspieler geworden er hat seinen vertrag durchaus überraschend für viele verlängert aber auch relativ zeitnah klar gemacht er will trotzdem in die bundesliga das wird glaube ich und das ist ja auch das szenario mit dem wir planen mit hertha in diesem sommer nicht gelingen und trotzdem glaube ich tatsächlich hier an ein verbleib weil ich einfach finde hertha und reese das passt so unglaublich gut zusammen wir hoffen dass alle und da frage ich mich halt gibt es dann tatsächlich solche bundesligisten die man besseres gesamtpaket anbieten können ich glaube mit der wirklichen herangehensweise wir bauen den kader noch mal um wir verstärken den kader wirklich noch mal gezielt um dann aufsteigen zu können wird reese auch bei der hertha bleiben martin winkler war in der vergangenen saison in liga drei verliehen hat sich dort in mannheim wirklich gut entwickelt und ist ja auch dann nach dem abstieg zurückgekehrt aktuell steht er rechts außen bei sieben scorer punkten und sicherlich kann er auch noch mal deutlich mehr und trotzdem wenn wir ihn hier auch als ersatz einplan ist winkler auf jeden fall ganz gut zu gebrauchen palco dadai hat ja aktuell verletzungsbedingte gefehlt ansonsten aber auch zuvor ganz gute leistungen gezeigt von unseren standards können auf jeden fall zu einer waffe werden ich denke mal auch dann zur kommenden saison wird dadai umso mehr als 10er eingeplant sein bedingt auch durch mögliche abgänge plus auch mögliche neuzugänge aber eingeplant ist er auf jeden fall und damit wäre eben auch dann platz für einen neuen rechten flügelspieler weil ich finde auch das ist eine position wo noch mal klarer nachholbedarf besteht das heißt wir suchen hier einen klaren stammspieler ein upgrade eben dann auch zu winkler und dadai ich denke mal auch die position wird bei weber auf jeden fall ganz klar im notizbuch stehen gustav christensen ist ja gerade mal 19 jahre jung im letzten sommer gekommen kam ja auch teilweise dann eher als joker zum eines wird eben langsam rangeführt ich denke mal christensen bleibt auch dann als backup von feibern reese mit dabei und somit man dann hier auch kein abgang im sommer schwierig zu beurteilen ist meiner meinung nach in dieser kaderplanung dann härtas sturmzentrum wo ich echt mal ja stur im zentrum ja da ist ja unser tabakowicz wo er noch hoffen dass er der hoher schützenkönig wird der zweiten liga mehr er hat natürlich der gute konkurrenz und naja mal sehen also er wird denke ich auf jeden fall in der saison oder den ersten fünf sein vielleicht so unter den ersten drei wäre cool denke er wird auf jeden fall bleiben ja er passt mit rese total cool ich glaube wenn die sich absprechen und sagen kommt wie reißen jetzt nächste saison aber richtig mal ein ab und steigen dann auf ich glaube das kann ich gut vorstellen ich denke mal er wird bleiben niederlechner wird bleiben wird wahrscheinlich seine karriere bei hat er beenden ist ein guter ja reservist also backup würde ich jetzt nicht sagen von tabakowicz er spielt ja manchmal hängende spitze wird aber denke ich kein stamm spielen aber ich glaube er kommt auch irgendwie ganz gut klar damit bei hertha der wird auf jeden fall bleiben sherry sherry der hand oh gott ich wieder derri schernd denke ich ist für mich ein klassischer abgänger ja der wird probieren in die erste zu kommen england whatever also er wollte ja auch bei hertha ich welche und er hat sich auch mal besser gesehen ich meine man muss ein bisschen die lanze brechen für schernd weil er hat auch auf einer position gespielt ja nicht so gut spielen kann außen stürmer ist nicht sein ding ist echt der mittelstürmer oder die hängespitze will sagen kommt von der mitte und da hat er nicht so richtig gut brillieren können wenn er gespielt hat eigentlich gar nicht so richtig gut auf sich aufmerksam machen können aber ich denke mal er wird probieren wegzukommen und hertha wird das vielleicht dankend annehmen wenn ein gutes angebot kommt also für mich irgendwie auch ein abgang privileg denke ich eher vielleicht verliehen ich weiß jetzt leider aus dem kopf nicht wie alt er ist ob die möglichkeit besteht dass man ihm verleiht und dann noch mal bindet nächste saison richtig ja vielleicht denken wir dann wirklich auf und dann könnten wir ihn gebrauchen ich weiß es nicht also niederlechter blei dann ja flupp bleibt auf jeden fall scherri sich als abgang und vielleicht präwerk als ja also man muss auch sehen wer zurückkommt da sind doch eine stürmer verliehen wann bin auf eure meinungen aktuell haben wir ja hier harris tabakovic flora nierlechner deri scherhand und smile präveliak tabakovic ist ja eine unglaublich wichtige säule auf große säule im sturmzentrum mit seinen 15 toren auch wenn er natürlich auch ganz klar ein spieler typ ist der auf vorlagen angewiesen ist der flanken angewiesen ist aber genau dann in der box extrem stark funktioniert genau so ein typen braucht es in der zweiten bundesliga tabakovic kann auch in der nächsten saison unterschied werden und bleibt somit auf jeden fall mit dabei flora nierlechner kommt ja eher als joker zum ein als nimmt diese rolle aber auch voll an meckert nicht und ist auch weiter mit seiner erfahrung ein wichtiger führungsspieler ich finde nierlechner sollte auf jeden fall bleiben ja ein fragezeichen habe ich aber dann im kauf bei deri scherhand denn das eigengewächs ist eigentlich nur wenn er ersatz auch dessen weil er so eine richtige position noch nicht gefunden hat nominell ist er stürmer hat er meistens dann eher sogar als rechts außen gespielt ich glaube ihm würde es am ehesten helfen als zweite spitze zu agieren in der hinrunde hat er dann auch ein paar einsätze bekommen auch in der rückrunde dann eher mal als rechter flügel aber so richtig gepasst hat es eben noch nicht ich glaube eine laie würde scherhand auf jeden fall weiterhelfen und dann ist eben so ein bisschen die frage dünnst du den kader hier so ein bisschen aus im sturmzentrum oder bleibst du zumindest bei drei stürmern denn es mal preveliak ist ja auch noch da der ist im sommer ablösefrei gekommen hat es letzt auf jeden fall wenig gespielt nachdem man zumindest mal in der hinrunde noch ganz gut funktioniert hat ich glaube aber auch preveliak könnte wieder gehen um bei einem anderen fahrern einfach eine wichtige rolle einzunehmen und trotzdem glaube ich nicht selbst wenn wir beide abgeben würden dass es dann zwingend ersatz braucht denn der dritten stürmer kann dann möglicherweise auch ein talent einnehmen was ja auch dann so ein bisschen der typische berliner weg wäre das thema leihrückkehrer ist natürlich auch in jeder kaderplanung leihrückkehrer sehr geil cool dass das macht gratulation respekt ja leihclub schlägt keine zukunft und neue chance ja also neue chance mit aichi der kommt auf jeden fall wieder freue ich mich ja chance der hat ja schon mal glaube ich auch ein ganz gutes standing ab bei sandro schwarz damals und etwa von aichi gesprochen und gelobt der wird auf jeden fall aufgrund dessen dass peker geht ja und vielleicht auch kenny aus sie aufhört und so weiter viel weniger konkurrenz vor der nase haben also der wird seine spielminuten kriegen leihclub schlägt zu gehe ich mal hoch ja ich hoffe dass es her da gekauft wird hellas verona steht nicht gut da die stehen im abstieg erster der sechser doppel sechs mit dem andré dudan den wir noch kennen von hertha und von den ersten Sekunden hoffe ich mal bei serra hat irgendwie das hat nicht funktioniert ich fand auch irgendwie seine einstellung teilweise nicht so toll nicht sehr professionell bei hertha und der soll mal weg bleiben ich glaube er will auch in italien bleiben fühlt sich da wohl in italien hoffen wir mal dass hellas den vielleicht doch kaufen können und im notfall weiterverkaufen wenn sie auch wieder geld brauchen also ja und keine zukunft kanga hat nicht funktioniert bei hertha geht jetzt richtig ab bei standard lüttich problem lüttich kann ihn wahrscheinlich nicht bezahlen der wird kurzfristig zurückkommen das hatte ich gesagt im sturm wenn kein abnehmer ist müssen wir wahrscheinlich sogar behalten es wäre aber nicht so schön weil er hat sich auch wohl nicht so geil verhalten wo er unbedingt weg wollte maoli da maoli nicht da komischerweise dieser spieler funzt jetzt gerade voll ab nee der vorst nicht ab oh was habe ich jetzt gesagt nein er funzt in schottland ja bei wie heißt es herr bürgien herr bürgien eddingberg oder so ähnlich eddingberg zumindest also er ist auf dem britisch sprachen sektor so nächstes mal umständlich ja ein thema und er macht ob sich aufmerksam aber auch jetzt mal trifft hat schon paar tore geschossen auch war im scorer punkt generell und ja hoffen wir mal dass er vielleicht auf der insel bleibt auch wenn er da nicht ich glaube hertha zahlt auch noch ein teil der der gehaltes ja aber vielleicht wenn englischer klub ihn haben vielleicht auch wenn es nicht für die erste reicht dann eben für die zweite englische liga ja und man wird sehen aber bei hertha glaube ich paul hat sich so krass geäußert dass er in seiner sicht aus seiner sicht der foulste spieler ever ist den er kennengelernt hat also der denke ich gut ja gut sei es paul bleibt ja also es ist auch so eine geschichte aber wer da glaube ich nicht ein zoner kommt gerade auch nicht so gut an ich glaube der ist in der slowakei muss man sehen da kommt noch zurück und der türkische freund dessen namen enzgal oder so ja keine ahnung sorry man wird gleich hören der spieler zweiten türkischen liga aber auch nicht so gut aber man hofft auch irgendwie dass er da in der türkei bleibt vielleicht auch der zweiten liga in der türkischen und vielleicht dann schlimmstenfalls oder bestenfalls dann wenn ich übernommen wird in anderen verein findet aber bei hertha keine chance also wirklich aichi ist der einzige den ich bei hertha sehe nächste saison wichtig und bei der hertha könnte auch da noch ein bisschen was passieren muss auch noch mal einige aufgaben auf dem zettel stehen suat serda spielt in italien ist stammspieler bei hellas verona die wiederum sind im abstiegskampf und davon abhängig ist womöglich auch seine zukunft dort also wenn verona die klasse hält dann könnte serda auf jeden fall auch da bleiben ein weiterverkauf ist dann nicht ausgeschlossen aber dann sieht es wohl auch ganz gut aus dass hellas verona die kaufoption ziehen wird eine zukunft bei der hertha sehe ich auf jeden fall nicht mehr etwas kritischer wird es dann bei den anderen vieren wo benjamin weber im sommer noch mal lösungen finden muss denn wilfried kanger war ja ein wirkliches missverständnis bei der hertha aber aktuell bei lüttich ist er wirklich extrem gut drauf trotzdem hört man dass der ganze deal für lüttich eben schwer zu finanzieren ist und deswegen ist es da wohl eher möglich dass kanger zu hertha zurückkehren wird aber eben auch dann sich einen anderen verein suchen wird und ich glaube wenn auch dort dann so weiter liefert dass das auch gut möglich ist bei maoli da ist es ja so dass er im winter zu oder nach schottland gewechselt ist und da auch vorm als stürmer wirklich stark aufspielt auch hier ist es aber jetzt nicht zwingend wahrscheinlich dass es dort eine fest verpflichtung geben wird er wird eben dann zu einem anderen verein weiter ziehen kirjan insona kann bislang auch in der slowakei nicht so richtig überzeugen und deswegen sehe ich für ihn auf jeden fall keine zukunft mehr durch im klub wo pekka groß geworden ist oder hat dort nach links zu zweimal in der liga gespielt und deswegen wird die kauf noch nicht gezogen weil hertha wird es logischerweise aber auch schwer werden und dann haben wir noch julian einsperger der als rechtsverteidiger schon irgendwo das vertrauen bekommen in zukunft eine große rolle spielen zu können und auch deswegen hat man sich ganz bewusst im letzten sommer für eine ausleihe entschieden denn altspecker brauchte spielpraxis genau diese bekommt aber im hannischen fc und zeigt wirklich richtig gute leistungen und deswegen wird er auch eine neue chance bekommen als rechtsverteidiger weißt du was meine oma hat immer gesagt pascal du sollst nicht angeben aber trotzdem eine sache muss ich dir sagen ich bin der einzige mann ich ja in der übersicht unserer kaderplanung können auch dann noch mal ganz ja übersicht auch so dass jetzt die übersicht war was zu sagen angriff nischt gebraucht torwart nischt gebraucht verteidigung rechts in links näher alles mittelfeld defensiv zentrales zentrales ja recht ja gut also außer torhüter und angriff wird gut erkennen auf welchen positionen der größte nachholbedarf steht im tor und im sturm sehe ich den gar nicht mal so zwingend in der abwehr wird natürlich in der innenverteidigung sehr viel davon abhängen wer am ende geht und wer möglicherweise bleibt und eben auch wo man pascal clemens einplant ich glaube bei den außenverteidigern kann man auf jeden fall in dieser planung so mitgehen sollte logischerweise kenny gehen braucht dann noch mal einen weiteren rechtserteidiger die größte baustelle und das habe ich auch mehrmals betont ist finde ich das zentrale mittelfeld da sollte man sowohl auf der sechs als auch auf der acht mit 39 spieler noch mal nachlegen auch da eben auch so ein bisschen abhängig davon wo man dann noch dann endgültig mit pascal clemens plan wird aber das wird auf jeden fall unglaublich wichtig sein genauso wie die positionen vom rechten flügelspieler und trotzdem braucht es eben dann hier keinen riesen umbruch wie im letzten sommer auch das wiederum könnte eben auch dann die große chance auf diesem guten kader den man jetzt schon hat aufbauen zu können und wir machen dann in der nächsten saison noch mal einen weiteren und großen schritt nach vorne gehen zu können und genau das kann man hier noch mal ganz gut erkennen bei dem blick auf die potenzielle startelf von hertha bsc in der nächsten saison ich habe jetzt erstmal wie gesagt im 4 2 3 1 geplant natürlich auch im 4 3 ist genauso gut möglich mit eben dann ernst im tor die vierer kette bräuchte dann theoretisch gar keinen neuen zugang mit kenny clemens dardai und ja gut das ist jetzt so weiß ich nicht was sein könnte klar aber das ist ja gut ist ein gutes goodie im video ja hilft jetzt nicht ganz so viel weil ich wie gesagt kenny da noch nichts weiß rese ganz kleines fragezeichen hinter ist clemens vielleicht doch mehr mittelfeld anstatt hinten aber na gut er sagt was 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 sein kann kann er ja oder wir nehmen dann einsperren und leistner als video becker option plus eben dann nominell einen neuen links verteidiger die doppel 6 müsste komplett neu mit ibrahim und dutziak plus ein weiterer neunzehnung noch als alternativen und auch auf dem rechten flügel vor winkler bräuchte sie noch mal einen neuen zugang massa wird dann auf der 10 noch mal wichtiger sein vor dardai auf der linken seite natürlich wenn er bleibt farben rese absolut gesetzt könnte ich mir dann sogar auch als kapitän vorstellen vor krisen sind das ist ja jetzt schon darum geht eben auch weiterhin an harris tabakowitsch und somit ist das also mal meine kaderplanung für hertha bsc um in der kommenden zweitliga saison das war unser geplantes szenario erst recht eine große rolle im aufstiegs rennen spielen zu können ich finde hertha ist ein klub der auf jeden fall in die bundesliga gehört ich war jetzt auch selber gegen schalke einmal vor ort im olympiastadion und habe mich echt wohl dort gefühlt also so ein verein gehört in die bundesliga berlin ist immer eine reise wert mein freund grund denken auf jeden fall auch dafür da ist die grundbausteine hertha kader da sind und man darauf wirklich echt gut in der nächsten saison aufbauen kann ich bin sehr gespannt ob pal dardai trainer bleiben wird oder nicht auch damit hätte man vielleicht dann noch mal die chance an den wege zu gehen erst recht auch in sachen fußball idee noch mal schritte nach vorne machen zu können aber wie gesagt auch im kader selber gibt es noch an der ein oder anderen stelle nachholbedarf es ging hier auch noch mal ganz klar gesagt nicht um konkrete transfer vorschläge also wer die erwartet hat dem muss ich dann leider enttäuschen kaderplanung ist ein format was wir auf kickoff schon seit mehreren jahren machen jetzt auch schon in einigen folgen in der aktuellen saison wieder gekommen ist also sollte jedem klar sein was man erwarten kann konkrete transfer vorschläge auch für die hertha wird es aber bald natürlich auch hier geben in fünf transfers für und jetzt gehen immer gerne eure meinung zu hertha's kader in die kommentare schreiben weitere vereine für die kaderplanung vorschlagen und dann sehen wir uns im nächsten video wieder macht es gut ciao und bleibt ja ich schließe mich da nur an ja ihr könnt auch gerne bei mir in die kommentare schreiben was ihr dazu sagt ob ihr da auch konform geht so wie ich weitestgehend ja ja also macht es mal würde ich mich riesig drüber freuen und ja vielen dank an kickoff für dieses video kaderplanung hat der bsc 2 24 25 und ja ich hoffe es hat euch ein bisschen gefallen mein reaction und ich sag dann mal gesund bleiben sportlich bleiben und bis zum nächsten video dann tschüssi